Prozent 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 viele Schleswig da unten jetzt eine Menge ach ja und wenn ihr ein Zombie-Dop-Bewohner sie nicht töten er ist auf alle bei mir rein weil es dachte es ist doch nicht so okay so jetzt macht es zu ja am Ende später mit Schwerke lieb heute auch scheiß die uns natürlich noch ein Schwert machen ich nun ich nun nun wo irgendwo bist du oder hast du auch ein Zeichen für mich ich hab ja schon was in Zeichen Patrouille hier Jo, Skelett Ein Pfeil von dem ist irgendwie an mir abgeprallt, um zu Schaden zu machen Ja, ich hab schon einen Bogen und einen Pfeil Wenn du Pfeile findest, mir geben Äh, pfff, wofür? Immer noch Okay, gehen wir Übrigens, ich will jetzt mein Brot haben Hast du schon, ich hab's dir hingeworfen Hast du? Oh Du hast es eventuell sogar schon gegessen Wohin wir schon Hier lang Boah, du musst auch nicht diese scheiß Steine Mann, das regt mich jetzt schon auf Boah Ach ja, und bevor du die Session beendest Solltest du rumgehen und zeigen, was jeder gebaut hat Sollte ich das Das dazu, die teilen wir auch alles später Wir müssen dafür nur die Eisen erst fahren Ja Hau, der Anfang von dem Haus Ich beneide dich Oh, das Skelettergold mehr Oh, hier unten ist Kohle Und Lava Übrigens, ich hab jetzt bei Skyrim gelernt Pfeilen von irgendwelchen NPCs auszuweichen Das ist echt cool Ich krieg keinen Schaden mehr von denen Wird Mega Spaß so zu zocken Könnt ihr glauben, wisst ihr Dass es Leute gibt, die Skyrim nicht kennen Skyrim ist das beste Rollenspiel der Welt Ja, vermutlich Raffi zockt das jetzt schon seitdem ist rausgekommen Und ist immer noch nicht langweilig Ich hab einfach keinen Bock mehr zu zocken Weil ich eigentlich schon alles schaffte, was ich erreichen wollte Tja, ich Schreibe es in die Kommentare Miene Miene Oh, ja Soviel soll ich noch so gut Schnell, schnell, Justus, wir müssen uns bei einem, wo die anderen kommen Wir müssen Mälenzis finden Der Rest kann warten Und Geld, Geld, Geld Ich geh jetzt in meine Miene Und zwar nicht hier, wie sie verzeugt Willettler Komisch, hier spawnen fast keine Mops Hast du Pfeile? Ich? Nö Zwei Geh mal hier, ich hab Liegen auf dem Weg Gut Krall ich mir, ich hab nämlich nen Bogen So, direkt ab, um kurz zu sammeln Ich bin sicher Wolle ich nur noch einen Kabelstorm, versteh ich gar nicht Oh, ey Hey, Justus, wir müssen weitersuchen Und die Rohstoffe, lass erstmal links liegen Die Hohenbleiben, naja Obwohl, die kann man auch jetzt schon abbauen Die anderen werden nicht in unsere Miene Das, was ich hier, der Rafi, Raffi, mache Das ist viel interessanter als was jeder andere von uns Nein, ist es nicht Äh, doch, ihr seht's nur nicht Justus, wir teilen uns ab jetzt hier Okay? Ja, klar Ja Dafür kannst du dann auch demnächst mal in meinen Landbesitz kommen Und kannst meine gehandelische Farben, die ich mache, ist Betrachten und nutzen und so weiter Nein, du darfst sie auch nutzen Ich sag mir auch vor, dass wenn wir Melanie Zinn nicht alle mitnehmen Jo, ich glaube, das war's mit Parents' Friends und so Ciao Justus Das gehört doch nicht mehr Der Arme Oh man, dann sind wir noch zu dritt Dann sind wir noch zu dritt Sogar mit Y-Silon Ähm Also Ja Eigenesfeld Gute Idee Das hier ist jetzt die Mine von Justus und mir, da wird kein, wenn da jemand in die Mine findet, sind wir offiziell erlaubt, ihn zu tönen, von seiner Sachen einzustellen Keine Ahnung, wo die sein soll, ob ich habe so eine Schlucht aus der Farbe Und Ja, ich muss auch Bewohner retten Nö, 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 nö Nö, 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 nö sł calle, nö, 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 nö zu hören das ist doch alles nur alternativ und warte er rufst du mit deinem alternativ auf wird jetzt in mir los, zweit und nicht kick ihn ähm, ja ich geb den Mel und zieh mir nicht ein finde, Lu aber nur dein Name ist genau unter meinem Grundstück darf ich dich jetzt töten? du 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 als ob ist klar Justus sagt noch mal ich so auf den Internetschreisen weisen du bist ziemlich weiß ja mal gucken ob irgendjemand sich ja du bist unter dem Grundstück ok Choral weißt du was echt Choral ist so wie so die Nasen geformt sind von Leuten das ist echt Choral wer das Zitat kennt Daumen hoch oder so die ist doch eine Maus so ein hässlicher Spruch Badman los go Badman ich hasse die Badmans they are so bad aber die nerven die ganze Zeit die können was ist der Zeit von Badman? was ist der Zeit von Badman? die ist seltsch natürlich Goodman yeah äh 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 wir hatten gecheckt ohhh meine Kiste und es ist drin ok und nun schnell dass sie auf meine Meldung die Kulturschefung hoch ich habe einen Ziel die Verordnungen der Kölger ich bin ein Experte ich halte den kleinen Finger hoch ich hab sechs Männern zieht man ein Ziel die Meldung das ist mein Goppein das hat ein Fehler die Ziesauberbergen ja Peter Hittigkeitspick und Flutschfinger die schmecken voll geil ihr müsst wissen dass er Flutschfinger gesagt hat kriegt ihr jetzt 10 Euro von der wir mal die Flutschfinger macht Flutschfinger 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 das ist keine Schleichwerbung ja kein Tag unterschrieben dass er nur Raffi gemacht weil Raffi Geld nicht ist Geld ist macht Geld ist Reichtum ja Geld das wird und die Betriebe die Äpfel-Fan sind ja wir haben so weit auch die Wurde brauche ich 10.000 Millionen Euro also 10 Millionen Euro wenn ich mit Millionen Euro auch schon auskomme für die Euro als er die Bedeutung ich brauche kein Geld im Auto ich bin nach dem E1 auch die Leute zu uns doch auch schnell als geht kann ich gehen ich brauche noch mal das Holz und ich weiß nicht so sagt es ist wenn man sich vielleicht deckt um die sie in den Speicherplatz aus ja auch ein drittel ich bin zufrieden wie war gesprokt von allem Handelsdraht wie Raffi die GmbH auch nach Berliger die so viel wie wenn ich gilt ja Prozent vielleicht sind die von der Entfernung sie wird nicht aufwendig der Allmahl aber bei der Sorge ist heute Jahr war läuft und Eiphaler mal Paddle-Field mit Diode X und...